Wir wissen jetzt ja, was eine Oxidation ist, was Oxidationszahlen sind und was das heißt, wenn jemand oxidiert oder reduziert wird. Wir wollen jetzt mal schauen, was wirklich in Reaktionen passiert. Diese heißen Oxidation-Reduktionsreaktionen. Das ist also eine Reaktion, wo jemand oxidiert wird oder Elektronen werden weggenommen und jemand anderes wird reduziert. Das heißt, er bekommt Elektronen. Ja, und manchmal nennt man das auch nach dem Red und dem Ox hier links. Man dreht es dann um, man nennt es dann Redoxreaktionen. Das klingt jetzt nach einer immer besonders tollen chemischen Reaktion, heißt aber einfach nur, jemand wird reduziert und jemand wird oxidiert. So, schauen wir uns mal diese Gleichung hier an. Das ist eine Verbrennung und zwar von Methan. Methan ist also ein Treibstoff. Damit kann man einen Motor betreiben. Das ist ein Kohlenwasserstoff. Also zum Beispiel Kohlenstoff und Wasserstoff ist hier verbunden im Methan. Und wenn du da jetzt Energie hineinsteckst, dann bekommst du Energie raus. Wenn du Sauerstoff reinsteckst, kommt am Ende Kohlenstoff und Wasser raus und auch Energie. Du bekommst sogar mehr Energie am Ende noch raus. Man nennt das auch Exotherme-Reaktion. Also, was passiert jetzt hier bei dieser Reaktion? Also, jetzt schauen wir uns mal die Redoxreaktion hier an. Und wer wird also oxidiert, wer wird reduziert? Schauen wir also mal auf die Oxidationszahlen in dieser Gleichung. Das Kohlenstoff hier ist mit dem Wasserstoff verbunden. Wer gibt Elektronen ab, wer bekommt welche? Kohlenstoff ist hier, Wasserstoff ist hier links oben. Kohlenstoff ist also elektronegativer. Es ist mehr auf der rechten Seite. Es ist hier neben diesen drei Musketieren der Elektronegativität, Stickstoff, Sauerstoff und F. Daneben sind die Edelgase hier rechts. Diese hier haben ja quasi ihre Schale schon aufgefüllt. Diese drei hier mögen ganz gerne Elektronen haben. Denen fehlen ja noch Elektronen in der äußersten Schale. Und sie wollen eigentlich so eine Art Edelgas werden. Und Kohlenstoff ist da ganz in der Nähe. Also, Wasserstoff ist hier links, also ist klar. Hier ist Kohlenstoff, wird die Elektronen haben. Und zwar vom Wasserstoff in dieser Situation. Also schreiben wir das mal hier auf. Also Kohlenstoff wird die Elektronen bekommen, Wasserstoff wird sie abgeben. Und ihr wisst ja, es ist nicht in Wirklichkeit so, sondern die Elektronen werden da quasi einfach nur hingezogen. Das Wasserstoff hat ja immer plus 1. Und nachdem wir viermal das Wasserstoff da haben, wird also Kohlenstoff, muss also alle vier bekommen, und hat also eine Oxidationszahl von minus 4. Es bekommt also vier Elektronen. Seine Ladung geht um vier Einheiten runter. Wie ist es jetzt beim Sauerstoff hier? Hier ist Sauerstoff hier einfach mit sich selber verbunden. Und wird also, die Elektronen werden also, ja, werden nicht hin oder her gehen. Deswegen ist die Oxidationszahl von O2 0. 0, 0, gut, na, das weißt du ja schon. Und jetzt schauen wir mal, was hier auf der rechten Seite passiert. Wenn ich also Kohlenstoff und Sauerstoff verbunden habe, wie schaut es hier aus? Dann schaue ich nochmal nach oben. Sauerstoff ist hier weiter rechts. Also Sauerstoff, nach dem Sauerstoff wurde ja die Oxidation quasi benannt. Also ist klar, Kohlenstoff wird dem Sauerstoff zwei Elektronen geben. 1, 2 fehlen ihm ja noch dem Sauerstoff, will quasi wie ein Edelgas werden und will also acht Elektronen in der äußersten Schale haben. Es fehlen ihm noch zwei dazu. Deswegen ist es immer minus 2. Also hat also das Sauerstoff minus 2. Wir haben das Ganze zweimal. Also muss, weil das Ganze Molekül neutral ist, dann muss der Kohlenstoff plus 4 haben. Plus 4. 2 mal minus 2 vom Sauerstoff wird ausgeglichen durch den Kohlenstoff. Das heißt, der Kohlenstoff hat hier vier Elektronen abgegeben an den Sauerstoff. 1, 2, 3, 4. Hier seht ihr das. Hat vier freie Elektronen, der Kohlenstoff. Und im CO2 hat sie alles an den Sauerstoff abgegeben. Okay, jetzt schauen wir uns noch mal den Wasser an. Das haben wir ja schon öfter gemacht. Wasserstoff hat immer plus 1. Jedes Wasserstoff gibt ein Elektron an Sauerstoff ab. Deswegen hat es minus 2. Also wer wird jetzt hier oxidiert? Wer wird reduziert? Also Kohlenstoff geht von minus 4 nach plus 4. Das können wir mal aufschreiben hier in der nächsten Zeile. Also C minus 4 wird zu Kohlenstoff mit einer, kommt in eine Situation, wo es sozusagen vier Elektronen ja weg sind. Also irgendwo in diesem Prozess muss das Kohlenstoff acht Elektronen abgegeben haben. Und die schreiben wir hier noch mit hin. Plus 8 mal E minus. Also was ist mit dem Kohlenstoff passiert? Kohlenstoff. Ist es jetzt oxidiert oder reduziert worden? Also die Ladung ist hochgegangen. Also Elektronen sind von ihm weggenommen worden. Also ist es oxidiert worden. Oxidation heißt ja immer Elektronenabgabe. Okay, und jetzt schauen wir mal zu dem Sauerstoff, was mit dem Sauerstoff passiert. Sauerstoff hat hier, wir haben hier vier Sauerstoffmoleküle, damit haben wir hier oben angefangen. Die haben eine Oxidationszahl von 0. Und was ist dann passiert worden? Auf der rechten Seite haben wir wieder zwei Sauerstoff hier, zwei da, zwei da. Also insgesamt vier mit einer Oxidationszahl von minus zwei. Also ist Sauerstoff, muss quasi die Elektronen bekommen haben. In dieser Reaktion hier. Okay. Ja. Jedes, jetzt fehlen hier mehr die Elektronen, deswegen schiebe ich das jetzt mal auf die rechte Seite rüber. Das werdet ihr gleich sehen. So, okay. Und jetzt male ich das noch aus. Also, vier Sauerstoffe mit einer Reduktionszahl von 0 werden zu vier Sauerstoffen mit minus zwei. Jede von diesen vier Sauerstoffatomen hat zwei Elektronen genommen. Also müssen wir insgesamt noch hier acht Elektronen reinstecken. Was also mit Sauerstoff passiert, die Oxidationszahl ist runtergegangen. und das heißt, es ist also reduziert worden. Sauerstoff ist reduziert worden. So. Von wem wurde es reduziert? Es wurde reduziert vom Kohlenstoff. Von wem ist Kohlenstoff oxidiert worden? Es ist oxidiert worden vom Sauerstoff oxidiert worden. Logisch. Gut. Was ist das Oxidationsmittel? Das Oxidationsmittel ist der Sauerstoff hier. Das kann man auch noch hinschreiben hier. Was ist das Reduktionsmittel? Das Reduktionsmittel ist der Kohlenstoff. Genau. In dieser Redoxreaktion ist Kohlenstoff oxidiert worden. Es hat seine Elektronen abgegeben. Und Sauerstoff ist reduziert worden. Die positive Ladung ist reduziert worden. Genau. Von 0 auf minus 2 ist es runtergegangen. Ja, und alles, was hier aufgeschrieben ist, was ich hier... Hier, das hier oben, das ist eine halbe Reaktion. Und hier, das ist die andere Halbgleichung. Und jetzt habe ich mal hier den... 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 den Wasserstoff ignoriert. Mit dem ist ja gar nichts passiert. Der ist ja gleich geblieben. Das ist von plus 1. Hier auf der linken Seite. Hier seht ihr das auch noch. Plus 1, also gleich geblieben. Hier habe ich eine andere Verbrennungssituation. 2 Wasserstoff plus Sauerstoff. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist also ein leichtes Gas. Und das kann man also entzünden, wenn ich es verbrenne mit Sauerstoff. So was macht man zwar wirklich, und zwar in Raketen macht man das. Und, naja, ich glaube, da nennt man flüssigen Wasserstoff. Das ist übrigens auch bei der Hindenburg passiert. Also bei diesem Zeppelin. Also, wie fangen wir also hier an? Wir fangen hier natürlich mit 0 an, weil das Wasserstoffmolekül ist ja hier neutral. Die Sauerstoff, hier ist auch 0, ist ja neutral Sauerstoff. Und wenn die also verbrennen, und wenn Wasser entsteht, dann habe ich hier also minus 2. Das haben wir ja schon oft gemacht. Und Wasserstoff hat plus 1. Schreiben wir nochmal die Halbreaktionen auf. Wir haben also 2 Wasserstoffe. Und sie sind ganz glücklich so, in ihrem neutralen Zustand. Die werden zu 2 H2s. H2s sind 2 Moleküle, Wasserstoffmoleküle, mit einer Oxidationszahl von plus 1. Also müssen sie ja Elektronen abgegeben haben. Und zwar, weil es ja 2 mal 2 sind, müssen es insgesamt 4 Elektronen hier weggegangen sein, bei dieser Halbreaktion. Jetzt machen wir das gleiche hier mit unserem Sauerstoff. Wir haben also O2. Hier fangen wir mit 0 an. Das ist neutral, deswegen ist eine 0 hier oben. Was ist dann passiert? Es sind 2 O minus 2 draus geworden. Das schreibe ich nochmal hin. 2 O minus 2. Das heißt, jeder Sauerstoff muss quasi 2 Elektronen abgegeben haben. So, gut. Also sind insgesamt, weil es 2 sind, insgesamt 4 Elektronen. Was ist oxidiert worden? Was ist reduziert worden? Oxidiert heißt, Elektronen abgegeben. Der Wasserstoff ist oxidiert worden. Und zwar vom Sauerstoff natürlich. Wer ist reduziert worden? Sauerstoff ist reduziert worden. Und zwar von wem? Vom Wasserstoff. Wenn ich jetzt also diese 2 Halbreaktionen aufaddiere, das ist die linke Seite und das ist die rechte Seite, dann kann man quasi die Elektronen hier wegkürzen und dann bleibt oben diese Reaktion dann übrig. Was ist das Oxidationsmittel? Das ist Wasserstoff. Was ist das Reduktionsmittel? Das ist der Wasserstoff. Hier habe ich nochmal eine andere Gleichung. Eisen und Salzsäure. Salzsäure ist das. Das wird so Eisenchlorid und Wasserstoff. Machen wir das hier auch wieder. Eisen, das ist jetzt leicht. Das ist einfach nur sich selber. Das ist also 0. Wasserstoff und Chlorid. Schauen wir uns das wieder an. Chlor ist also ein Halogen. Es liebt Elektronen. Es ist ganz weit weg hier auf der rechten Seite. Es hat also ein Minus 1. Dann zeichne ich also das Minus 1 hier ein. Wasserstoff hat immer Plus 1. Zusammen bekommst du wieder 0, weil es ein neutrales Atom ist. Und auf der rechten Seite, wie ist die Oxidationszahl von Chlorid? Also Chlor will immer ein Elektronen haben. Ich habe aber 2 und das ist ein neutrales Stoff. Also muss bei Eisen hier Plus 2 stehen. Beim Wasserstoff ist in elementarer Form, also ist hier wieder die 0. Also was ist oxidiert worden? Das Eisen ist oxidiert worden. Eisen ist von 0 auf Plus 2 gegangen. Also das heißt, es hat eine positive Ladung. Also müssen hier auch noch 2 Elektronen übrig sein. Okay, Eisen ist oxidiert worden. Man könnte auch sagen, es ist gerostet. Gerostet oxidiert worden. Was ist mit dem Wasserstoff? Wasserstoff ist von 2 Wasserstoff übergegangen zu einem H2 mit einem neutralen, also 0. Muss man also 2 Elektronen reinstecken. 2 Elektronen sind dazu gegeben worden. Also ist der Wasserstoff reduziert worden. Von wem? Vom Eisen ist es reduziert worden. Von wem ist Eisen oxidiert worden? Vom Wasserstoff. Was ist mit dem Chlor? Chlor hat hier minus 1 und hat ja auch minus 1. Also ist da nichts passiert. Ist also neutral geblieben in dieser Reaktion. Ja, ich denke mir, jetzt habt ihr vielleicht den Punkt verstanden. Und da seht ihr, was eigentlich so passiert, wie die Elektronen so hin und her gehen. Und das ist wichtig, wenn man sich die Moleküle insgesamt mal so mal anschaut. Und das ist wichtig, wenn man sich die Moleküle insgesamt auf und her geht, wenn man sich die Moleküle insgesamt auf dem Punkt verändernt. Untertitelung des ZDF, 2020